So Freunde, ich habe uns ein paar geile Reactions rausgesucht. 15 Frauen vs. Philo. Mal gucken, wen mein Sohn sich da ausgesucht hat. Wer seine, ja, sagen wir mal, Herzensdame ist. Web-Video-Visionär, unglaublicher Artist, Mr. Geil. Web-Video-Visionär, ich kann das alles nicht. Guten Tag, hallo. Achtung, ich habe da eine Spinne, die habe ich dir mitgebracht. Hä, hat sie eine Spinne dabei? Ich habe eine Spinne dabei, ja. Nein, das ist ein Tattoo. Nein, da, guck doch auf den Finger. Verpiss dich, eigentlich direkt raus. Ich habe Arachnophobie, leider. Warum ist das das? Wirklich? Ja, ist das deine Spinne? Nö, die war hier so. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit der gechillt, weil ich dachte, du bist doch Veganer, so ein Tierfreund. Ich bring dir eine Spinne mit. Ja, es hat es leider nach hinten losgegangen. Ich mache sie Backstage weg und dann ist es doch okay, oder nicht? Ja, hast du noch andere Tiere? Hast du Haustiere? Leider nicht, aber ich hasse... Die hat einfach eine Spinne mitgebracht. So von Tieren. Von Tieren? Ja, finde ich eklig. Ja, gut, dann ist die kleine Spinne vielleicht noch ausreichend. Eben, aber die ist ja nicht meine, die ist jetzt nur hier so dabei. Die Tattoos sind sick, zeig mal. Danke, danke. Ich habe einen guten Eindruck. Das ist einen guten Eindruck hinterlassen. Ich mag die Haare auch. Danke. Ich mag deine auch. Danke. Same, same, matching. Ja, klar. Twinnies. Okay. Die haben ja auch den gleichen Friseur. Die sehen sich doch morgen wieder. Das ist ja klar. Wir haben einen Meme gerade. Hallo, ich bin Elena. Hallo, du klar. Ich habe es mir verraten. Hat der einfach auf den Boden gerotzt? Ja, der hat einfach auf den Boden gesabbert. Ich habe dir was mitgebracht. Oh, was ist das? Auf den Boden rotzen, sexy oder nicht? Ich finde es irgendwie geil. Also es ist irgendwie so asozial, aber auch irgendwie auch, es kommt auf die Person drauf an. Aber ich finde es auch, kann auch irgendwie geil sein. Okay, ne, wenn ihr nicht, dann ich auch nicht. What the fuck? Okay. Was ist das? Da rein. Hast du einen Bottle-Flip? Oh. Das ist ein wichtiges Kriterium. Das war leider kein Bottle-Flip. Oh, scheiße. Eine Schatulle, die soll ich aufmachen. Ja. Das ist Cannabis. Genau, wollte ich dir schenken. Das ist ein Gramm Gras. Ich habe nämlich gehört, dass du das seit der Legalisierung ganz gerne machst und dann... Ich habe damit nichts zu tun. Seit der Legalisierung. Achso, ja gut, dann kannst du es auch verschenken oder so. Merkst du, das Zittern fängt schon wieder an. Das war wichtig. Ja. Boah, das ist echt wie ein Pluspunkt. Baust du an? Ist das gestreckt? Nein, das ist super gut. Geil. Das ist das Beste, was man bei mir kriegt. Sehr gut, danke schön. Ja. Krass. Die hat mir einfach krass mitgebracht. Ich finde es toll. Hat sich jetzt schon gelohnt. Oh, die gewinnt das. Ach du Scheiße. Meinst du, ja? Ja, ja. Die hat immer gelockt wie so ein kleines Kind. Traum, Frau. Das hier ist Anne. Sie macht TikTok-Videos und ist ein wenig obsesst von Felix. Ich habe noch nie in meinem Leben Kass geguckt. Oh nein, ey. Na? Guck mal. Ich finde es richtig schön, dass wir uns jetzt endlich treffen. Du auch? Unglaublich. Schön. Das Warten hat sich gelohnt. Weißt du, ich dachte mir mal auf entspannt über 500 Kilometer. Ist das geil, Alter. Oh mein Gott, sie hätten Chaos outfit an. Leute, ich liebe diesen Trend, dass man sich jetzt so Schleifen in die Haare macht. Ich finde das so süß. Wir sind alle noch ein bisschen zu lame unterwegs. Und ich finde, dass diese Schleifen, ja, die bringen eine gewisse Art von Furzigkeit. Ich finde das so geil. Daher fahren, einfach weil du wolltest, mehr Effort. Hier bin ich. Ja, okay. Du hast auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Kannst du einen Bodyflip? Nee. Soll ich probieren? Mach. Junge, merkt ihr die Statik zwischen den beiden? Das ist gerade wie X-Men gegen Superman. Aber ich bin auch saublümd. Ja, fühle ich. Das darfst du mir nicht vorhalten, wenn ich das jetzt verkacke. Ja, das zählt nicht. Wenn der nächste Bodyflip ist, bist du weiter. Wenn nicht, bist du raus. Nein, komm. Hat sich erledigt. Anne mach ich direkt raus. Du bist ein ganz schlechter Mensch, Felix. Ich bin der Bad... La Beste. Ist das krank, Alter. Grover. Mein Gott, sie hat das noch sogar gesagt, dass sie irgendwie 500 Kilometer gefahren ist und das ist irgendwie was. I can't. Du bist ja ein ganz schlechter Mensch, Felix. Gemalt. Mmh, okay. Ja. Wie heißt du? Fabienne. Fabienne? Fabienne? Fabienne malt. Das ist cool. Das ist wirklich. Malt Fabienne noch mit Faber-Castell. An was denkst du das? An das da oben? Ja, ja. Was ist das? Eine Gurke? Nee, nee, ist eine Flutschwurst. Oh mein Gott. Ja, ich habe eine Vergangenheit mit Flutschwürsten tatsächlich. Was zur verfickten Scheiße ist eine Flutschwurst? Was ist diesiges? Ach man, da kann man seinen Finger reinstecken, ne? Welcher Idiot kauft denn was, was aus der Hand rauskommt? Aber ganz kurze Frage, also auch vom ganzen Produktdesign her, das ist doch, da saßen die ich in einem Meeting und da haben sich irgendwie gedacht, so naja, okay, also unsere Zielgruppe sind so präpubertierende Kinder, die so anfangen ihre Sexualität zu entdecken, lass doch mal irgendwas da finden, wo man seinen Schwanz reinstecken kann, oder? Warum, warum, warum braucht es ein Loch in der Mitte? Das ist, warum, also das hätte auch, ohne wäre es ja auch in Ordnung gewesen. Und dann heißt das Ding auch noch Flutschwurst. Wir hatten aber so eine Öffnung und die waren halt, das war Kinderspielzeug, bei Spielemax gab es das damals, bei uns in Potsdam, habe ich mir gekauft, so eine Flutschwurst in Blau, da war ein Delfin drin, eine Krabbe und irgendwas anderes noch, ich glaube ein Orca. Ich finde, man sollte sich gerne Gedanken machen, warum du das... War ja noch gar nicht fertig, aber noch geredet. Sorry. Und dann habe ich die aufgewärmt und gefickt, die Glipschwurst. Aufgewärmt? Aufgewärmt, ja. Das ist halt kranker Scheiß. In der Mikrowelle oder im Backofen? Ne, mit Wasser, einfach warmem Wasser. Ah, okay. Sehr guter Eindruck, sehr gut. Kann ich gehen? Klar, sehr gerne. Ey, guck mal, no offense, ne? Aber wurde Philo in seinen Kindern irgendwie vernachlässigt von seinen Eltern? Ja. Oh, was, ich habe keine Flutschwurst gefickt in meiner Kinder. Ein Lego-Kotos, Potsdam, natürlich. Kann ich flirten, ich habe dir aber eine Lego-Rose mitgebracht. Ich liebe ihren He-Me-Cut, ich liebe ihre Haare, ich finde, das ist für mich Flutzigkeit, das finde ich einfach geil. Geil. Ich kann auch nicht flirten, aber ich mag Lego. Leider riecht sie nach nichts. Eine Lego-Blume ist voll süß. Ja, das ist süß. Das ist so sauer, wenn ich dir jetzt außerdem so fallen lasse. Mach, was du willst. Ich mach's nicht, alles gut. Stell dich gerne weiter vor. Ich bin Sascha, ich bin 22 Jahre alt. Willst du sonst noch irgendwas wissen über mich? Hast du Hobbys? Ja, ich spiele sehr gerne Videospiele und du? Ich nicht. Same. Oh, das ist schade. Ja. Ja. Dürfte ich einmal deine Hand nehmen? Warum? Ich will dir was zeigen. Darf ich? Okay, warte, so. Wenn du die loslässt, dann stehst du nur auf Männer. Die anderen Mädels werden sehr enttäuscht sein. Ach, ihr seid Mädels alle? Guck mal, ihr habt's falsch gebrieft wahrscheinlich, ne? Dann stehst ich gar nicht. Ich bin gar nicht so ungut. Sie sind einfach gehittet mit dem, wirklich, mit dem du das machst und bist du gay. Aber vielleicht kannst du dich ja noch. Gibst du mir noch eine Chance? Well played. Auf jeden Fall. Well played. Boah, ich gehe ja auf jeden Fall mit Profit raus. Bro, ich muss so einen fetten Disclaimer zu haben. Ohne Scheiß, ne? Ja, ja. Aber Philo, Philo, stark. Der ist schlagfällig. Guck mal, der geht hier mit Plus raus. Oh, was geht? Der raucht da drin jetzt nicht. So, hi. Hallo. Hi, na, was geht? Na, was geht ab? Schönes T-Shirt? Nein. Ja, ich dachte, es ist ein guter Eisbächer. Der darf doch noch gar nicht rauchen. Warst du bei einem Konzert mal? Ja, ja. In Köln auch? Vielleicht haben wir uns da schon gesehen. Ja, vielleicht. Most likely wahrscheinlich. Trashtop, von was ist das? Äh, auch eine Band. Äh, ein Alkohorband. Ich finde den Style sehr cool, tatsächlich. Sehr gut, die Show geht hart auf jeden Fall. Obwohl es Nikes sind. Und das sind auch so Bergsteiger-schuhe-mäßig. Schon. Das sind so diese Tasha-Niem-mäßigen. Aber ich habe das einmal gehört. Ich habe eine Berliner. Ja, ist auch leider gar nicht mein Vibe. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch null im Shoe-Game drin. Ich finde alle Sneaker hässlich, außer Air Force. Ja, okay. Ja. Sag gern noch was zu dir. Ja, ich bin 29 Jahre alt. 29? Also ganz alt? Okay, ich hieß Pussing 30. Ich hätte dich viel älter geschätzt. Ich bin, ich sehe aus wie 14. Ist wahrscheinlich. 29? Sieht man dir nicht an. Null. Ich hätte gesagt, 34 maybe. Ja. Aber auch sehr gut gehalten dann noch, ja? Ja, ne? Ja, voll. Dann hau ich jetzt ab. Ey, ich meine, ich finde das so, ich finde das so heftig, wenn Leute so jung aussehen und sich so frisch behalten einfach. Weißt du, ich sehe jetzt schon aus wie 35. Wie soll denn das werden, Alter? Ich bin wie so abgestandene Milch, jetzt schon. Wohin soll es denn gehen? Ich bin 25. Digga, ich sehe aus wie mit 35, als ob ich irgendwie, ein schwieriges Leben hinter mir jetzt schon hätte. So, man, man, was zur Hölle? Was war das? Ja, es geht. Hallo, hallo. Hallöchen. Was war das für ein? Das war Swag. Okay, nein, ich wollte eigentlich sowas wie sich Anmachspruch machen, aber ich finde das irgendwie cringe. Deswegen dachte ich mir, ich lege lieber meinen Fruity Law Filter auf und du kannst ja gucken, ob du den reverbst. Ist wirklich, ne? Creeper, das ist krass. Felix mag Minecraft. Checkst du? Noch nicht so ganz, noch nicht so in Gänze. Fruity Loops? Ja. Ja, Fruity Law Filter. Ja, ich checke. Machst du Musik? Input, ja. Zeig mal was. Ah, hier, jetzt? Ja, ja, jetzt, hier. Ist das ein Android-Handy? Ja, ist. Oh, auf jeden Fall. We use the show. Ja, okay. Ich mach Show, ja? Mach Show. Oh, ich hab Gänsehaut. Das ist aber geil. Das ist nicht bad. Das ist gut, das ist gut. Ja, tatsächlich, das ist cool, ja. Bro, ich wollte gerade sagen, das ist krass, die Eier, das zu machen. Ey, dann würde ich die Frau an Eier ausstahlen, ne? Ich finde sowas so geil. Hammer. Direkt eine Frage. Bist du schwer drogenabhängig? Nö, null. Ich hab, ich nehm gar nicht drogenabhängig. Das heißt, du bist nicht real? Ne, ich bin nicht real. Nicht real. Aber manchmal bin ich real bei den Songs. Also bist du manchmal drogenabhängig? Was hast du schon alles genommen? Äh, Gras. Nur Gras? Nur Gras. Bisschen langweilig. Würdest du mehr ballern? Jeden Tag. Ich bin gerade auch nicht nüchtern. Ach so. Ich halte das nicht aus, das Zittern hört nicht aus. Ja, dann besser mal auf Instagram und so, ne? Ich finde auf jeden Fall, du hast ein Gras-Krogs auch. Das sind keine Karts-Krogs, doch. Aber auch cool. Ich rechne sehr hoch an, dass du es performt hast. Okay, korrekt. Cool. Danke dir. Jo, ciao. Jo, ciao. Hallöchen, hi. Freut mich. Felix. Hübsch. Hübsch. Schöner Name. Ja, ich habe jetzt leider keinen tollen Anmachspruch für dich bereit, aber deine Hand sieht so einsam aus. Kann ich dir vielleicht halten? Ja? Ja. Ich brauche das Infektionsmittel jetzt. Ja, ich auch. Hast du mit? Das wäre ein Bänger gewesen. Ja, das habe ich. Wie alt bist du? Das spielt heute keine Rolle. Bist du auch ein bisschen vom älteren Kaliber? Nein. Wie alt bist du denn? 18. Oh, er sagt älteren Kaliber. Was? 18. Ja. Aber die ist so schön, die hat ein so klares Gesicht. Also, die könnte auch Schauspielerin sein oder so. Das ist ja crazy, dass sie so jung ist. Sie sieht schon so erwachsen aus. Boah, crazy. Aber jetzt nicht, dass sie alt aussieht, wurde fast gecheckt. Was machst du gerade? Beruflich? Schulisch? Ich habe Abitur gemacht und jetzt... Mit? Das erfahre ich morgen. Oh mein Gott. Okay. Ja, ist schon on the end. Boah, das ist krass. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass du heute nicht kommst. Warum? Ich habe dir gestern diese 2 Euro Dono gegeben. Ach so, du hast das... Oh mein Gott. War es bis jetzt worth it? Ja. Okay. Das ist eine Süße. Ihr müsst mich ja überziehen. Aber 18 ist schon critical, ne? Ich bin hier für kein Content. Ja. Also, du siehst sehr hübsch aus. Dankeschön. Ich weiß. Okay. Cool. Wie schön die ist. Das ist eine Süße. Philoel, Philoel, Philoel. Alles Philoel. Einfach mal in die Kommentare, so enttäuschend. Ja, das ist Felix. Ich glaube, Felix ist 22. Für dieses Schwein. 23 ist er, glaube ich. Hallo. 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 Ja, hab ich's hier. Ja, Techno feiern, oder was? Ja, genau. Okay. Ja, genau. Sophie, hat dir was mitgekocht? Geiles Outfit. Davon habe ich noch nicht genug. Vielen Dank. Ja, dachte ich mir schon. So, braucht man ja immer. Süß, aber das süß. Ja. Und die richtige Frage zuerst. Bist du lieber kleines oder großes Löffelchen? Boah, ich bin, glaube ich, der... Ich finde beides geil. Weiß ich nicht. Ich finde, ein kleiner Löffel ist richtig crazy. Da fühlt man sich so beschützt irgendwie so. Aber ich finde manchmal so, der große Löffel sein, das kann auch richtig, richtig süß sein, wenn man sich dann so denkt so, mein kleines Baby, obwohl das irgendwie so ein, keine Ahnung, absolut brachialer Alphamann ist und du so, mein kleines Baby. Ja. Und die mögen das auch, die geben das so nicht zu, aber die finden das auch toll. Ich bin der Switcher. Hm. Ich bin schon klein, ich bin oft kleines Löffelchen, ja. Weißt du, ja, ich bin ja ein großer Löffel, von daher. Ich weiß nicht, mein Onkel hat immer den großen Löffel übernommen damals. Ah, ja. Seitdem habe ich, glaube ich, eher so eine Tendenz zum kleinen Löffel. Ich glaube, ich kann mich da anpassen. Ich bin ja generell eher ein kleiner. Dann passt es doch. Ja. Finde ich gut. Was machst du so? Ja, so ein bisschen dies, das im Moment, ja. Was heißt das? Ja, ich habe jetzt ein halbes Semester lang Literaturwissenschaften studiert. Jetzt gehe ich ein bisschen arbeiten und habe jetzt eine Ausbildung angefangen, die Schule schon. Hörst du Nena? Nee. Okay. Wieso sehe ich so aus? Nena, ich kann die mehr. Aber Nena ist cool, wenn ich nicht so eine komische Schwurblerin wäre. Was für ein Scheiß. Oh, Digga. Krass, das hat Mike auch, mein bester Freund. Auch eine Festivalmaus wahrscheinlich, ne? Ja, aber eher so Metal-Festival. Ja, was ist dein Lieblingsband? Schwierig. Kannst du ein Pig squeal? Nee. Kannst du Scream? Nee, auf keinen Fall. Okay. Gut, okay, alles klar. Ich habe einen guten Eindruck. Aber ich sage euch ehrlich, den Fun habe ich behalten, ne? Und shit. Das ist voll krank. Das ist halt Hammer. Hallo. Hallo, hi. Freut mir. Hi. Ja, ich habe leider gar nichts vorbereitet. Aber ich denke, wir spielen eine Runde Schnick-Sack-Stuck und wenn ich gewinne, komme ich weiter. Ja, stark. Du bist überzeugt. Ja, gut. Ich bin sehr froh, dass du nicht Xing-Sack schon gesagt hast. Scheiße. Wir können besser früh machen. Gut, alles klar. Das war ein schnelles Ding. Schade. Ciao. Kann ich dich sonst noch irgendwie überzeugen? Nein. Nein. Hallöchen. Hi, Icke. Das ist hart. Hallo, hi. Ich bin Sophie. Ich bin Bademeisterin und ich wollte fragen, ob ich dich heute abschleppen darf. Den muss ich erst mal kurz verstehen. Ich dachte, jetzt kommt der ins Beckenstoß und Ding. Aber Bademeisterin und Abschleppen, das macht gar kein... Doch, Abschleppen. Was? Ja, natürlich. Meinen Sie doch, du dumm oder was? Ja, Entschuldigung. Ja, weil wir in unserem Beruf die Leute schleppen, wenn wir die retten. Schleppen. Ah, sie ist Rettungsschwimmerin. Geil. Macherin. Ziehen wir die an den Becken ran. Das ist so anstrengend, Leute. What's fuck. Nein. Und dann schleppen wir die. Bademeister, du? Nee, dann holen wir sie raus und beleben sie wieder. Wieder beleben. Ja. Ich wohne auch auf einer Insel. Wo? Welche Insel? Fängt die mit M an? Nein. Gut. Sylt? Nein? Borkum. Okay, okay. Ganz oben in Norddeutschland. Bei Sylt hättest du mich gehabt wahrscheinlich. Ist die dann extra dafür runtergefahren? What the fuck, das ist crazy. Erzähl gern noch was von dir. Ich bin Musikerin. Also, ich spiele seit fast zehn Jahren Trompete. Würdet ihr sagen, Felix hat Aura? Nein. Trompete? Felix hat Minus Aura. Würdet ihr sagen, Felix hat Aura. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Aura. Wie Trompete? Ich mache eine Ausbildung zur Bademeisterin. Du willst wirklich Bademeisterin werden? Das ist verrückt. Das ist halt ein crazy-ass-Job, ne? Es ist viel mehr, als man denkt eigentlich. Was denn alles? Was gehört dazu? Es ist ein sehr sportlicher Beruf und ich mag Sport sehr gerne. Ich schwimmen. Passt du mir schon mal nicht. Naja, du musst es ja nicht mehr mit. Na, okay. Das ist ein weiterer Punkt. Und wenn wir auf Borkum dann zusammen an den Strand gehen, gehst du auf jeden Fall nicht unter. Ich rette dich dann. Okay, gut. Ja, guck mal, das verstehe ich doch. Die Vokabeln verstehe ich. Dankeschön. Bitte. Ach, du grüne Neune. Hallo. Hallo. Wie tat das weh? Was jetzt? Die Tattoos. Ach, ich dachte, du meinst die gespaltene Zunge. Boah, was? Yo. Das ist krass. Also, das ist dieser Tantbrot. Kannst du die wirklich in beide Richtungen so? Das ist so crazy. Wie kam es dazu? Ja, einfach so. Das ist so crazy. Ich fand es geil und habe es gemacht. Ich habe gehört, dass der Heilungsprozess so grauenhaft sein soll, weil das Mundmaul, so, das Mundmilieu ist ja irgendwie so übel feucht und deswegen ist das mit dem Heilungsprozess irgendwie so richtig schwierig und du kannst die ganze Zeit nicht so schlucken und überall schmerzen. Überall. Und es ist irreversibel. Du kannst es ja nicht mehr rückgängig machen, soweit ich weiß, weil du ja das dann durchtrennst. Unser Vibe matcht. Vielleicht. Du hast eine gespaltene Zunge. Ja. Auch eine gespaltene Versehnlichkeit. Die ist größer als ich. Na und? Valider Punkt. Vielleicht ist es mein Kink. Ja. Bist du der große Löffel oder der kleine Löffel? Lieber der große. Hast du einen Penis? Wenn ich einen brauche, habe ich auch einen. Ach du Gottverfickte Scheiße. Okay, alles klar. Ich habe den Vibe gecheckt. Gut. Da brauche ich gar nicht lange weiterreden. Ich schreie im Kreis. Okay. Cool. Gut, wenigstens eine richtig gebrieft, dass ich schwul bin. Hallo, ich würde dir tatsächlich sagen, die letzte Frau hatte was für dich. Und zwar hältst du dann vielleicht endlich mal deine Fresse in der Öffentlichkeit, weil dir jemand Manierenbeibringt. Ich glaube, das wäre so dein Ding. Hast du denn eine Favorite, wo du sagst, Mann, da hat es geknistert? Die von TikTok, oder? Die hat einen gut einen auch hinterlassen. 500 Kilometer ist die gefahren. Die kann jetzt ihre Sachen packen direkt wieder zurückfahren. Gut. Also hast du deine 5 im Kopf? Eine absolute Green Flag ist schon mal, dass jemand weiß, dass ich mal Flutschwürste gefickt habe. Bro, also ist das ein Red Flag, dass du es gemacht hast? Nee, ich finde es nicht, dass es eine Red Flag ist. Ist das Kingshaming gerade, was du hier betreibst? Mr. Schublade? Ja, genau. Mr. Schublade. Okay. Andere Würste wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die lasse ich auf jeden Fall weiter. Ja. Ja, die hat auch da schön gemalt. Ja, mit den Crocs, die hat gerappt. Das war auch cool. Ja, war cool. Die hatte so Balls. Die hatte ein Minecraft-Shirt an. Die hatte wirklich Balls. Ja, das Minecraft-Shirt war auch crazy. Und dafür war die echt gut, ne? Das ist wirklich cool gewesen. Ja, echt gut. Dafür war die echt gut. Als jede Line ging halt um Xanax und irgendwelche Drogen, ne? An meine Kindheit erinnert mich das zu sehr. Was habt ihr denn? Was würdet ihr denn sagen als meine wirklich guten Freunde, oder? Keine Ahnung, hab ich zugehört. Boah. Achso. Ich sag, wie gesagt, ich finde, dass du die Letzte einfach mitnehmen solltest. Aber ich finde auch die TikTok-Frau leider. Na komm, geh mal raus, mach deinen Pick, Rosa. Du schaffst das. Let's go. Wir haben dich. Was passiert jetzt als nächstes? Fünf auswählen, dann geht's ins nächste Set. Ist das mit dem Bett? Was? Nö, das kommt am Ende. Same Frisur. Ich glaube, ich gucke legit in meinen Spiegel. Wir sehen wirklich sehr gleich aus. Da muss ich leider sagen, nein, tut mir leid, aber sehr nett. Okay. Ich glaube, Musikgeschmack könnte matchen, dich für dich mitnehmen. Kannst du kurz einen Tanz machen? Einen Dab. Mach einen Dab. Okay, der war falsch, auch raus leider. So, Anne. Felix, komm. Ich will dich nur wieder anbetteln müssen. Bitte. Du bist das ganz wirklich crazy an Stalking, ne? Ich skip erstmal kurz. Dich fand ich sehr nett. Ich würde dich weiterlassen. Du hattest schon mal deine Chance. Ich glaube, du bist leider raus diesmal. Du gibst mir ein bisschen Pferdemädchen-Energie. Oh, das ist hart. Wäre ich auch erstmal am Skippen. Aber super nett, ihr seid alle super toll und nett. Du hast halt eine gespaltene Zunge, ne? Ich glaube, du fängst irgendwann an, hemmungslos meinen Arsch zu pecken. Das ist nicht so meins. Mein Arsch bleibt Jungfrau. Ich glaube, da würde ich auch skippen. Du rapsst viel zu viel über Drogen, ne? Aber du trägst Crocs. Ich glaube, dich lasse ich weiter. Und Minecraft, what the fuck. Ich glaube, der Vibe matcht nicht so 100%. Und du siehst ein bisschen aus wie Nena. Dich würde ich auf jeden Fall weiterlassen. Du hast nämlich schon akzeptiert, dass ich Gloobby-Würste-Ficke gerne. Das finde ich gut. Und dich würde ich auch weiterlassen, weil ich habe ein wichtiges Relikt aus anderen Formaten bekommen von ihr. Anne, das heißt... Felix, du musst leider jetzt ab, zurück, zack, probier's weiter. Nenn mich so nicht. Was muss ich tun? Sag's mir, sag's mir jetzt. Sag's mir, komm. Ich würde dir einen Bottle-Frip tatsächlich empfehlen. Eine Chance, wenn du den hittest. Okay, komm, gib mir was anderes. Auf gar keinen Fall. Ich kann nicht mehr, nein. Ich habe keinen Angst, wenn dir das hilft. Drop den mal. Ja. Ich bin zwar vegan, aber dein Lied würde ich trotzdem nehmen. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe Diabetes, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Sag mal. Ja, die Dinger kenne ich schon. Schau das an meinen zuckerkranken Freund Kenny. Und ich würde mir halt voll gerne wünschen, dass noch was anderes, außer die Insulinpumpe heute noch zehn Einheiten in mich reinspritzen. Alles klar. Anne, damit hast du dich komplett ins Aus katapultiert. Change the Rolls. Ich werde heute nicht gecancelt. Wie heißt du auf TikTok? Es ist wieder Februar. Gut, alles klar. Das war aber actually smooth. Muss ich auch sagen, hat mich gerade kalt erwischt, weil habe ich noch nie mitbekommen in Kombination mit Diabetes. Zack. Gut, wir haben unsere Auswahl. Gut, dann geht's weiter in die nächste Runde, würde ich sagen. Aha, es geht weiter. Guten Tag, nimm gern Platz. Wir haben jetzt hier ein Stranddate, okay. Bist du eher Berg- oder Strandurlaubsmensch? Berg. Ich finde Bannern cool. Das ist tatsächlich ein Pluspunkt, ja. Du nicht? Doch, doch, habe ich ja gerade gesagt. Deswegen ein Pluspunkt. Wie sitzt du? Sitzst du so? Ich kann mich auch anders hinsetzen. Nee, ich will wissen, wie du sitzt. Achso. Ich sitze so. Ja, nee, ich finde das bequem. Mhm. So, aber... Ja, Schneider sind das Beste. Ähm, eine Person ohne festen Wohnsitz? Äh, achso, obdachlos. Genau. UfW. Nee, das ist ich nicht. Gut, okay. Du? Du? Nee, noch nicht. Willst du Red Flag, wenn man obdachlos ist? Bisschen, ja. Einfach Geld verdienen und ein Haus kaufen. Ich weiß nicht, was daran eine große Problematik ist. Ja, stimmt. Darf ich, dürfte ich bei dir, ähm, das mal, ich wollte es schon mal testen, eine Batterie unten ran halten? So einen Akku? Ja, doch. Ja? Du dürftest, ja. Sehr cool, okay. Ja. Geil. Ja. Eine da? Eine Batterie? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich wünsche, wenn er kein Haus hat. Ich glaube, ich muss eine Nachricht wieder machen. Ja, ich meine, du hast schon wahrscheinlich viel gedickt bei mir, ne? Du kennst, du weißt die Wurstgeschichte. Dann möchte ich ja gerne mehr über dich erfahren. Achso, äh, also tatsächlich wärme ich meine Flutschwurst nicht vorher auf. Achso, eine Flutschwurst auch. Äh, ja, ja, hab ich ja eben auch erzählt. Okay. Vergisst du einfach, was ich sage? Ist mir einfach egal, glaube ich, ein bisschen. Ja, okay, schade. Ey, ich hoffe, haben die am Anfang Disclaimer reingeknallt? Dass Leute checken, wer... Nee, ähm, ja, ich hab eine Flutschwurst, du? Ja, ich hab keine mehr, tatsächlich. Ja, die werden irgendwann auch immer richtig schmutzig mit so Staub drum. Ja, ja, das war eklig. Muss man immer sauber machen. Ja, ich hab die nicht gewaschen. Ja, wie oft machst du deine? Gar nicht. Nie gewaschen. Ja, okay. Finde ich geil. Wie ziehst du dein Bett neu? Richtig oft. Ja? Ja, ich scheiß mir oft eine. Was ist denn... Ach, du heilige Scheiße, was quatscheln die beiden da? Wir tauschen dich nicht verwirrt. Wie ist oft? Wenn ich wieder bis auf nach Hause komme, dann wahrscheinlich jeden zweiten Tag, jeden dritten Tag. Es geht relativ schnell bei mir. Ich hab eine sehr gesunde Darmflora und Fauna. Ach so, nein, ich meinte, wie oft du dein Bett kriegst. Genau, ja, das ist da mit den Korrelationen. Okay. Du benutzt in der Toilette gar nicht, ist eigentlich so... Meistens, zum Brechen. Ja, Brechen. Bierkotze, ja. Ja, was hast du schon alles genommen? Nicht so viel. Ich bin eigentlich eine clean, gesunde Seele, tatsächlich. Ich hab noch nicht viel genommen. Naja, aber... War sie diejenige, die ihm Gras mitgebracht hat? Hast du hier geschenkt bekommen, ne? Genau, die werde ich mir nachher ordentlich reinfetzen, aber das ist ja auch keine Droge, ne? Nee, genau. Nee, nee, genau, genau, genau. Cannabis ist komplett ungefährlich. Genau. Kiff mehr. Kiff mehr. Was? Was ist das für ein Statement, hä? Hä, Junge, das hat ihr Scheiße geguckt? Ach, zum Tier hat die Flutschmuske mal. Nimm Mephamphetamine oder andere Sachen, wie normale Menschen. Du Gerebi. Na, wichtig. Tiere first, Animal first. Bin auf Entzug. Ganz kurz, einmal. Mir ist warm. Ja, mir ist so unglaublich warm, Chat. Mir ist scheiße warm. Ich schwätze, ich schmilze. Ich hab... Überall, alles ist warm. Ich... Na? Gut. Alles klar. Das wäre deine Main-Aufgabe tatsächlich. Wenn ich zweimal klatsche, müsstest du dann erscheinen tatsächlich und ich bräuchte dann einen Schmatzer. Wäre das für dich in Ordnung? Auf jeden Fall. Darf ich mir auch so was du singst? Was kennst du alles? Bist du eher so eine deutschsprachig hörende Maus? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Sondern? Oh, no. Frage. Hörst du Jeremias? Auch. Wie doll ist dein Fandom zu Jeremias? Mittelmäßig. Ich kenn so drei, vier Songs. Kannst du Easy Lover singen? Von Phil Collins? Easy Lover. Wenn ich ganz viel höre, das ist... Oh, ja. Kannst du den hier? Yeah. Sie trägt ein Deutschland-Klebetatou auf der Potze. Ich sitz in mein Trainingsanzug vor der Glotze. Das ist mein Lieblingssong hier. Ich hasse diesen Song wie die Pest, ey. Das ist mir zu fern dann irgendwie. Die Vintage, Junge. Ich muss, dass du singst. Ich muss, dass du singst. Ich brauch, dass du singst jetzt. Je näher ich dir bin, desto lauter schreit's Echo. Stimm mir zu, wenn ich nachts auf dem Weg. Je näher ich dir bin, desto lauter schreit die dunkle Gestalt. Okay. Fand ich sehr gut. Brauchst du nicht verstecken. Fand ich sehr gut. Auch das im Sitzen, ne? Also ich kann nicht mal im Stehen singen. Können wir mal klatschen alle, oder was? Schöne Stimme. Alle bitte. Das ist so clean. Ach, bitte. Wir sitzen auf unserem Sofa und machen gar nichts, Alter. Wir haben keine Talente, nichts. Die kann was. Ja, du weißt noch gar nicht, wie ich heiße, ne? Nee. Oder ich hab's einfach wieder vergessen. Kann auch sein. Nee, ich hab eigentlich nur meine Musik vorgestellt. Irgendwie ist sie cool. Weißt du, sie haben so einen coolen Vibe. Ja, so Attitude. Aber es ist eine sehr romantische Vibe, was wir hier brauchen. Ich bin Valeria, ich bin 21 Jahre alt. Ich komm aus Köln. Wo kommst du her? Docs Kurz? Wanns im Vergeliental. Okay. Bist du reich? Sind deine Eltern reich? Geht so. Oberer Mittelschicht, würde ich sagen. Mach noch dein Vater. Das ist reich. Also wer... Ihr Vater ist Unternehmensberater. Und sie würde sich nicht als reich titulieren. Der macht scheiße viel Kohle. Der verschweigt wahrscheinlich die Hälfte seines Alkommens. So ist es. Kann der gut küssen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur über meinen Bruder. Warum? Weißt du das über deinen Bruder? Ja schon, da bist du 18 vor der Tür. Aber vom allerfeinsten. Meine Mutter sehe ich in letzter Zeit nicht mehr so oft. Wie jetzt? Du hast kein Auto zum 18. bekommen? Das ist ja cringe. Weil ich umgezogen bin. Also ich bin jetzt wieder hier ansässig. Meine Eltern getrennt? Meine Mom, ich sehe die nicht so oft. Aber wenn, dann ist es richtig Browning. Ja? Gutes Verhältnis? Sehr gut. Das finde ich gut. Mir fehlt das nämlich. Ja, vielleicht kann man das zusammen mal einrichten. Meinst du, ich wäre ein guter Schwiegersohn? Vielleicht, ja. Ja? Kann man ja noch formen. Ich habe die Inkontinenz halt nicht nur zu Hause. Also ich würde wahrscheinlich auch bei euch das ganze Interieur voll kracken. Wir haben zwei Klos. Oh, oh. Das ist auch richtig. Ich habe nur eins. Ja, komm. Dann musst du immer so switchen. Rotieren dann einfach. Ja, das war nice. Finde ich gut. Aber das Mädel hat so viel Charakter, dass, weißt du, er muss eigentlich. Sie hat so einen Main-Character. Ja, ja. True. So, na dann erzähl mal auch. Du. Ganz kurz vorab, bevor du irgendeine Entscheidung triffst. Ich habe weiß lackierte Fingernägel. Und ich würde die gerne auch später an meinen Füßen zeigen. Was ist deine Schuhgrüße? 39. Deine? 43. Ich habe aber wirklich pott hässliche Füße leider. Glaube ich dir nicht. Tja. Können wir später vergleichen. Vielleicht, ja. No joke. Ich glaube, die ist mehr verguckt als die Stalkerin. Wir müssen mal auf die Körpersprachen. Was? Die ist da hingezogen. Sehr gut. Sehr guter Entry. Erzähl gern noch was. Meine Eltern sind geschieden. Meine sind Geschwister. So siehst du auch aus. Aber passt ja dann. Ja. Hast du gekifft vor dem... So siehst du auch aus. Du hast sehr rote, glasige Augen. Nee, ich habe nicht geschlafen. Warum? Zu viel Stress in der Schule, ne? Nee, tatsächlich. Ich bin um drei aufgestanden heute. Du wirst wahrscheinlich enttäuscht, ne? Ich bin nicht enttäuscht. Ich bin überhaupt nicht enttäuscht. Sicher? Ja wirklich. Dann wirst du es irgendwann auf jeden Fall. Nein. Doch. Ich kann das nicht. Dafür bin ich bekannt. Nein. Dann können wir das jetzt ändern. Ich bin gespannt. Also ich bin bisher gefällt mir, was ich sehe. Auch wenn ich auch sehe wie hingeschissen. Nee, ein bisschen Bob der Baumeister so, aber sonst... Gut, alles klar. Weiter. Na Mutti? Hey. Das ist mein Revier quasi. Ich bin raus. Ich bin zu jung. Bisschen zu jung. 29. Wann ist man da geboren? Ich kann wirklich nicht rechnen. 94. Ich werde 30 dieses Jahr. Das ist krass. Das ist krass. Das ist crazy. Du wirst jetzt wahrscheinlich viel früher ableben als ich, ne? Nein, daneben ja. Nicht so lange. Ja, das stimmt. Was ist dein Lieblingsbier? Lieblingsbiersorte? Pironi. Pironi? Aber fickst du auch mit so Mischbieren oder nur Bierbier? Interessant. Das ist ein italienisches Bier, Pironi, oder? Corona auch. Eher so ein... Und auch Desperados. Auch sehr geil. Kölsch. Bananenweizen. Ja, weiß ich auch noch nicht so ganz. Das ist crazy. Bananenweizen geht hart. Kannst du auf Fragen? Nö. Okay. Doch, was ist dein Bodycount? Oh, nicht so hoch. Mehr als eins? Ja. Hat sie erledigt. Was kann ich mir denn jetzt raten? Wo habt ihr denn den Vibe gespürt? Ich sage, es ist auf jeden Fall die Bademeisterin. Die Bademeisterin hat eine krasse Stimmung. Kann sehr gut sinken. Aber die wir Bademeisterin werden. Bademeisterin ist cool. Action. Du bist ja. Da wirst du schwimmen. Du schwimmst und schwimmst und gehst runter. Lasst du mal nennen. Dann ist da noch jemand die Rapperin. Die finde ich irgendwie cool. Ja, die Wärterin ist cool. Home ist die manchmal Sex haben. Wir beide. Würde ich auch. Wenn Joko. Und... Ich weiß nicht. Das ist rausgeflogen. Ja, ja. Der Zeitung ist rausgeflogen. Das ist mit dir. Ja, ja. Die 18-jährige. Ja, die 18-jährige. Ja, die 18-jährige. Ja, aber du siehst aus, die 14. Ich wollte gerade sagen. Die ist eher an der Strafe, dass du. Ja. Das ist wahrscheinlich schon, ne? Gut. Da geht er raus und holt sie den Ziger. So. Weiter. Die hat er liegt. Mrs. 30. Mrs. Pushing 30 mit noch. Ticker. Er hat den Goodie mitgenommen. Und... Mann, du bist 18. Ich muss dich gehen lassen, leider. Die Chips sind alle. Ich brauche mehr Chips. Auf jeden Fall die beiden schon mal weiter. Ich brauche mein Bier weiter kurz, sonst fängt das Zittern wieder an. Also. Weiter. Weiter. Raus. Es tut mir leid. Du bist 18. Es tut mir leid. Es liegt nicht an dir. Nee, das ist anuzial. Nee, das ist anuzial. Nee, das ist anuzial. Nee, das ist anuzial. Und du bist weiter. Hammer. Hammer Auswahl. Ich bin gespannt. Na? Darf ich? Ja. Bist du immer mit Schuhen im Bett? Ja, ich bin großer Amerika-Fan. Egal. So. Bitte berühr mich nicht, sonst... Wieso nicht? Dann ist vorbei. Dann ist es zu spät schon. Das ist für mich auch wie ein Body Count. Stimmt. Was hast du gewählt? Die Linke. Der ganz klassische Smalltalk. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ja, eigentlich solid. Auf jeden Fall. Ja, eigentlich auch eine Frage, die man am ersten Date stellen sollte. Imagine, das läuft gut, ja. Und dann wird man da in ein Team und dann stellt sich raus, du hast einen AfD-Wähler gefickt. Die Linke? Also sehen wir mal deine... Willst du dich auch mal bei dem Format mitmachen? Habe ich. Das Video kommt, glaube ich, nächste Woche, denke ich. Ich habe am gleichen Tag mein Video gedreht wie Felix. Schügste Bettgeschichte. Die Lustigste ist, als die Mutter meines Ex-Freundes reingekommen ist. Das ist scheiße witzig. Das war schon echt lustig. Was denn? Hast du noch so Träume und Ambitionen im Leben drinnen? Vielleicht endlich den Studienabschluss schaffen. Okay, ja. Ich bin Versager. Ja, bist du satt. Ich bin Versager. Ja, ich brauche einen Versager, Mann. Darf ich eigentlich auch Chips essen? Klar. Nimm. Okay, nice. Die kommen nicht mehr zurück. Die ist weg. Die hat mir alles genommen. Alles hat die mir genommen. Oh Mann. Nichts übrig gelassen hat die. Weißt du noch meinen Namen? Also wenn wir jetzt schon mal so ein Bett chillen. Alles weg. Das war mein bester Freund, der Hund. Kleppi hieß er. Hat sie mitgenommen. Ich kümmere mich nicht gut genug um die Kinder. Die dumme Fatze. Den ganzen Tag in der Kneipe und alles. Flatrate ficken und alles. Hab ich überhaupt nicht verstanden. Ich hab mich nämlich immer getrennt mit der Frau, wenn ich mich mal ausficken musste einfach. Ja, das steht einem auch zu. Das war auch gut recht als Mann. Langere mit dabei. Aber dafür konnte ich mir in der Zeit. Weißt du, irgendwann werden die Frauen ja auch älter, dann muss man sich wieder mal was Jüngeres suchen, ne? Mach ich auch so. Ist ja klar. Zeit, einfach ich auf meine Firma konzentrieren. Das ist alles, was ich noch hab. Aber ansonsten... Zeltatur machst du nix. Ich steh auf, trink Bier, schlafe, trink Bier. Da kommt die Arbeit auch immer zu kurz. Ich muss ja nicht mehr arbeiten. Achso, ja. Na gut. Was machst du? Ja, also ich trauer jetzt niemandem hinterher eigentlich. Ich ohne. Nee, nee. Nee, nee. Ich ohne. Ich kann das nur nicht fassen, dass sie mir... Na gut. Ist auch ja nicht schlimm. Was trägst du denn für Deo? Also ich finde, Natur-Sekt ist das Beste. Pisse? Ja, ja. Du pisst dir selber an? Ja. Okay. Dieser Humor. Wirklich ein geiles, geiler Gesprächswahl auf jeden Fall. Du kannst dich mal anderen anpissen. Ja. Ja. Die meisten Zeit. Meistens bestehe ich darauf, dass das kleinwüchsige Menschen sind. Aber klar, ich glaube, wir können das nächste Date skippen. Gut. Ja. Also ich glaube, die hat gerockt. Hat sie gesagt, sie hat einen Penis? Ja, ja, ja. Ja, das ist halt krass. Die hat den komplett nass gemacht. Darf ich mit Schuhen drauf? Ja, ne? Du machst das auch. Genauso war es für gleiche Wäckchen Instant Velo. Ja! Nee, besser nicht. Das glaubst du mir immer. Das ist mein Bier. Hast du Bier ein bisschen? Ja, schon. Nein. Du berührst das nicht. Für die Haare ist das gut. Gar keinen Fall. Das ist mein Bier. Okay. Okay. Das teile ich mir dann aus. Kannst du bitte aufhören, mich am Oberarm zu berühren? Dankeschön. Sollen wir eine Mauer bauen? Bitte. Kann auch eine... Kann auch eine... Ja, oder so. Oder so? Dann berühr ich dich auch nicht. Muss nur an meine Chips rankommen und an das Bier. Mir stellt's kalt, ne? Gut. Ich will gerne noch was von dir. Wissen? Ja. Was ist meine... Was ist meine Passion? Nee, das ist mir scheißegal. Okay. Was ist dein... Deine komischste Essensangewohnheit? Okay, das ist maybe nicht krass. Käse, Senf auf jeden Fall. Käse, Nutella auch actually nice. Actually nice. Ich bin vegan, das ist dir bewusst noch. Nudeln mit Joghurt. Jedenfalls egal. Nudeln mit Joghurt ist hart. Mit Joghurt. Doch was fehlt uns denn grad? Eigentlich nix. Ecofresh. Habe ich schon mal probiert. Das ist echt tasty. Nudeln mit Joghurt. Das ist krank. Also nicht flavored Joghurt, sondern so weißen Joghurt. Joghurt, ne? Deiner. Meine Lieblingsessensangewohnheit, meine komischste. Brot, Bauernschnitte. Leichte Schicht, leichte, seichte Schicht Margarine. Vegan Käse. Ist nur normal, ist nur normal. Muss mich auch ausreden lassen. Ne. Und dann kommt darauf, auf die Schicht Käse, dünne Bananenscheiben. Oh, das geht knapp. Auf jede Bananenscheibe kommt bisschen Salz, bisschen Prise Salz. Und dann gezielt grazil mit HeLa Curry Ketchup. Ja. Bitte sponsert mich. Auf jede Bananenscheibe kommt ein kleiner Fleisch, HeLa Gewürz, Curry Ketchup rauf. Wird das noch so geheatet oder nicht? Null. Das ist halt wirklich, das ist hart. Und ich dachte schon, dass die Bananenfrau von TikTok die weirdesten Takes hat, aber das ist auf jeden Fall, das klingt scheiß eklig. Bisschen Salz, bisschen Butter. Nein. Nein. Und das schmeckt äußerst geil. Würde ich jetzt sagen, meiner war besser, oder? Ja, nice. Das reicht mir ja fast schon. Tschüss. Ciao. Boah, das ist die psychotischste Folge, die wir hier hatten. Das ist wirklich krass. Kannst du vielleicht ein bisschen rücken, du fettes Schwein? Klar. Nämlich nicht fett sonst sagt. Oh, Junge, ist das mummelig. Kannst du eigentlich vorstellen, was in diesem Zimmer abgeht? Nee. Das sind alle so wie deine enttäuschten Eltern. Die gucken sich das an und denken, was lauert der für eine Scheiße. Kannst du eigentlich mal aufhören, meine Milchtüten zu massieren mit deinen verfickten Chips hinten, Alter? Wie läuft's? Hast du schon einen Favoriten? Ich glaube, ich hab da so ein kleines Gefühl. Boah, Junge, du schmerzt mir so widerwärtig ins Ohr. Ich hab richtig Bock, dich lang zu machen, du ekel Schwein. Mach's mir. Kannst du mich mit so einer Chips füttern? Kannst du mich richtig bestrafen? Mit meinem dicken Adrien bestrafen. Bro, ich hab deinen Finger an meinem Schäpfchen. So, ich sag dir ehrlich, ich bin halt ein absoluter Vollversager. Bro, ich hab das so gefühlt. Ach du Scheiße, die alte Kontrolle. Finde ich, hätte er jetzt nicht sagen müssen, ist ein sich schon ersichtlich. Ich kann mir nicht mal ein Brot schmieren. Kann ich eigentlich auch so ein Schuch haben? Klar, wir Männer halten zusammen. Ja. Na, aber jetzt mal das Wutter bei der Fische. Wer ist dein Favorit? Be honest. Ich glaube, die ähm... Der Rapper oder Oliver Twist? Ja, ich glaube, ich bin bei der Flutschwurst Madame mit dabei. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Felix, du hast jetzt hier lange Zeit im Bett verbracht. Ich glaube, du hast eine Menge tolle Frauen heute kennengelernt. Mitaschi ebenfalls. Ich hab das Gefühl, da gibt's auch ein Vibe. Hast du was gegen eine Dreierbeziehung? Ach du heilige Scheiße. Kommt drauf an. Er ist 40. Es wäre Mitaschi. Ich würde ihn gerne vorher kennenlernen. Ach so. Ja, ist wichtig auch. Hast du was gegen eine Dreierbeziehung? Ja. Und du? Nee. Hast du nix gegen? Nix gegen? Wäre okay für dich, sagst du? Wie süß, ne? Guck mal, die ist auch alterstechnisch genau in der Mitte. Ja, ich nehm sie. Hey. Hey, das ist so wunderschön, meine Freunde. Oliver Twist ist geworden. Oliver Twist. Wir haben den ganzen Oliver Twist genannt. Ist das in Ordnung? Kennst du Oliver Twist? Ist das so mit dieser Caps? Du hättest gewonnen, oder? Es ist weg, du? Oliver Twist ist doch... Jurghurt. Ist das doch der von hier... Thomas, die Lok... Nein. Dieser Lokomotivenmensch. Freunde, das war's von der weiteren Folge von 15 Verses. Lasst gerne Daumen nach oben da. Checkt Philo und die Girls alle aus. Sind alle in der Beschreibung. Ja, nein. Auch ein Twitch-Kanal, da könnt ihr W.O.W. gucken. Jim Knopf, ja. Der hat auch so ne Mütze. Oder? Der hat nen scheiß Podcast bei Funk. Zieht euch das nicht rein. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Wow. Richtig toll. Tschüss. Ciao. An animales Moren. Bis zum nächsten Mal.